Die Atmosphäre im Raum war angespannt, als die Delegation der Menschen und die Vertreter der Alienspezies Xalari im schimmernden, bioorganischen Thronsaal aufeinandertrafen. Königin Valara, die majestätische Herrscherin der Xalari, saß auf ihrem pulsierenden, lebendigen Thron aus leuchtenden Kristallen. Ihre violette Haut schimmerte im gedämpften Licht, ihre mandelförmigen Augen fixierten den Menschen, der vor ihr stand. Kommander Eason Riley, ein erfahrener Diplomat der Erde, fühlte den Druck der Situation doch erahnte nicht, wie außergewöhnlich die Herausforderung wirklich war, die auf ihn wartete. Kommander Riley, begann Valara mit ihrer sanften, doch durchdringenden Stimme, die wie eine Melodie klang. Unsere Spezies steht am Rande des Aussterbens. Ein uralter Fluch hat unsere Fortpflanzung unmöglich gemacht. Nur ein Akt, intimer Verbindung mit einem menschlichen Wesen kann das Gleichgewicht wiederherstellen, Eason räusperte sich, seine Gedanken überschlugen sich. War das ein schlechter Scherz? Doch der ernste Ausdruck auf dem Gesicht der Königin ließ keinen Raum für Zweifel. Die Xalari waren eine hochentwickelte Spezies, deren Technologie der menschlichen weit überlegen war, wenn sie etwas so Ungewöhnliches verlangten, musste ein tiefer Grund dahinter stecken. Ihr meint, eh, begann Eason zögernd, während er versuchte, die richtigen Worte zu finden. Valara nickte langsam, ein Hauch von Amüsement in ihren Augen. Ja, Commander. Es geht nicht nur um die physische Vereinigung, sondern um eine Verschmelzung von Energien, die nur durch menschliche Nähe ausgelöst werden kann, Eason spürte, wie ihm die Röte ins Gesicht stieg. Er war ein Mann, der schon viele Verhandlungen geführt hatte, doch diese Art von Diplomatie war neu für ihn. Valara trat von ihrem Thron herab und nährte sich Eason langsam. Ihre Bewegungen waren fließend, fast wie ein Tanz, und der seltsame Duft ihrer Spezies eine Mischung aus exotischen Blumen und einem Hauch von Metall umhüllte ihn. Ich weiß, dass dies für dich ungewöhnlich ist, Mensch. Aber unsere Spezies braucht deine Hilfe. Und nur du kannst diese Rolle erfüllen, Eason versuchte, die Situation analytisch zu betrachten, doch es fiel ihm schwer, seine Gedanken zu ordnen. Warum ich, fragte er schließlich, wobei er verzweifelt versuchte, seinen Blick von den eleganten Linien ihres Körpers abzuwenden. Valara lächelte leicht und erklärte, dass seine genetische Signatur und sein energetisches Potenzial einzigartig kompatibel mit ihrer Spezies seien. Es ist kein Zufall, dass wir dich ausgewählt haben, Eason. Deine Präsenz allein bringt bereits eine Veränderung in unseren energetischen Feldern hervor, Eason schluckte schwer. Was meinte sie genau mit energetisches Potenzial? Valara hob eine Hand und berührte sanft seine Brust. Ein leises Summen erfüllte den Raum, als ihre Finger auf seine Haut trafen. Eason fühlte ein seltsames Kribbeln, das sich von ihrem Kontaktpunkt ausbreitete. Siehst du, flüsterte sie. Unsere Energien reagieren bereits aufeinander. Der Prozess hat begonnen, Eason war sprachlos. Er hatte sich auf harte Verhandlungen vorbereitet, auf politische Intrigen aber nicht auf das. Die Königin trat näher, ihre Augen suchten seinen Blick. Es wird nicht einfach sein, Eason. Die Verbindung zwischen uns erfordert völliges Vertrauen und eine tiefe Hingabe. Du musst bereit sein, dich vollständig zu öffnen, Eason konnte nicht anders, als den Doppelsinn in ihren Worten zu bemerken. War das Absicht? Oder war es nur seine menschliche Wahrnehmung, die hier eine Bedeutung hineininterpretierte, die nicht existierte? Doch bevor er weiter darüber nachdenken konnte, spürte er, wie sich die Atmosphäre im Raum veränderte. Die leuchtenden Kristalle an den Wänden begannen, intensiver zu pulsieren, und eine sanfte Wärme erfüllte die Luft. Es war, als ob der Raum selbst lebendig wurde und auf die Nähe zwischen ihm und der Königin reagierte. Walara legte eine Hand auf seine Schulter und flüsterte, Eason, vertraust du mir? Eason wusste nicht, was er sagen sollte. Er war ein Soldat, ein Diplomat, ein Mann der Logik und der Vernunft. Doch in diesem Moment fühlte er etwas, das er nicht erklären konnte, ein tiefes Verlangen, das nicht nur körperlich war, sondern auch emotional. Ich, ich denke schon, murmelte er schließlich, wobei er sich unsicher war, ob er sich selbst oder der Königin antwortete. Walara lächelte, und für einen Moment schien sie weniger wie eine außerirdische Herrscherin und mehr wie eine verletzliche Frau. Das ist alles, was ich brauche, Eason. Vertrauen Der Rest wird von alleine kommen, Eason spürte, wie sich die Spannung in seinem Körper löste, als sie ihn näher an sich zog. Die Königin begann, ihm die Bedeutung der Verbindung zu erklären, wie ihre Spezies durch Energie und Emotion miteinander verwoben war und wie die Verbindung mit einem Menschen eine neue Dimension ihrer Existenz eröffnen könnte. Ihre Worte waren poetisch und tiefgründig, doch Eason konnte nicht anders, als die unterschwelligen Andeutungen in ihrer Sprache zu bemerken. Es wird, intensiv sein, warnte sie ihn. Unsere Spezies erlebt Emotionen und Empfindungen auf einer Ebene, die ihr Menschen kaum nachvollziehen könnt. Wenn wir uns verbinden, wird es für dich eine völlig neue Erfahrung sein, Eason nickte langsam, unsicher, ob er sich wirklich auf das einließ, was vor ihm lag. Die Minuten vergingen, und die Spannung zwischen ihnen wuchs. Walara bewegte sich näher an ihn heran, und Eason spürte, wie sein Herz schneller schlug. Der Raum um sie herum pulsierte nun im Rhythmus ihrer Bewegungen, als ob die Umwelt selbst Zeuge ihrer Annäherung wurde. Eason wusste, dass dies mehr war als nur eine Mission, es war ein Schritt in eine völlig neue Welt. Eason konnte spüren, wie sein Verstand mit jeder Sekunde immer mehr von der ungewöhnlichen Situation gefangen genommen wurde. Walara schien ihn nicht nur körperlich, sondern auch auf einer anderen, viel tieferen Ebene zu berühren. Ihre Präsenz war überwältigend, und die Art, wie ihre Stimme seine Sinne zu umhüllen schien, machte es unmöglich, sich ihrer Wirkung zu entziehen. Unsere Energien beginnen sich zu synchronisieren, sagte sie sanft, während sie ihre Hand auf seine Brust legte. Die Berührung war federleicht, doch die Wirkung war elektrisch. Ich muss ehrlich sein, Walara, sagte Eason und versuchte, sich auf seine Worte zu konzentrieren. Das hier ist alles, sehr ungewohnt für mich, Walara lachte leise, ein melodischer Klang, der durch den Raum tanzte. Das verstehe ich, Eason. Deine Spezies ist so, logisch und pragmatisch. Ihr denkt selten über die Kräfte nach, die jenseits eures Verständnisses liegen. Aber ich verspreche dir, dies ist nicht nur ein Akt der Notwendigkeit. Es ist eine Verbindung, die uns beide verändern wird. Die Worte der Königin waren so voller Bedeutung, dass Eason sich fragte, ob sie wirklich nur über ihre Spezies sprach. Es fühlte sich an, als ob jede Silbe doppeldeutig war, als ob sie etwas viel Tieferes andeutete, etwas, das er noch nicht ganz begriff. Walara trat näher und blickte ihm direkt in die Augen. Ihre Iris schimmerte wie flüssiges Gold, und Eason konnte den Blick nicht abwenden. Ich brauche dich, Eason. Nicht nur für meine Spezies, sondern, für mich selbst, ihre Stimme wurde leiser, fast ein Flüstern, doch die Bedeutung dahinter war nicht zu überhören. Eason fühlte, wie eine seltsame Mischung aus Nervosität und Neugier in ihm aufstieg. Du bist sicher, dass, ich die richtige Wahl bin, fragte er, obwohl er wusste, dass die Antwort bereits entschieden war. Walara nickte langsam, ihre Finger glitten sanft über seinen Arm. Oh ja, Eason. Du bist einzigartig. Deine Energie ist anders. Sie ruft etwas in mir hervor, das ich seit Jahrhunderten nicht mehr gespürt habe. Die Königin hob ihre andere Hand, und der Raum schien auf ihre Bewegungen zu reagieren. Die pulsierenden Kristalle an den Wänden intensivierten ihr Leuchten, und die Luft um sie herum wurde wärmer. Unsere Verbindung ist kein Zufall, fuhr sie fort. Es ist, als hätte das Universum uns zueinander geführt. Eason wusste nicht, ob er an Schicksal glaubte, aber in diesem Moment fühlte es sich so an, als hätte er tatsächlich keine Wahl. Wie, funktioniert das, fragte er schließlich, obwohl er sich nicht sicher war, ob er die Antwort wirklich hören wollte. Walara lächelte und neigte den Kopf leicht. Es beginnt mit Vertrauen, Eason. Mit Offenheit. Mit der Bereitschaft, sich auf eine Ebene der Intimität zu begeben, die jenseits von allem liegt, was du kennst. Eason schluckte hart, seine Gedanken überschlugen sich. War er wirklich bereit, sich auf etwas so Tiefgründiges und Intimes einzulassen? Doch als Walara ihre Hand auf sein Gesicht legte, spürte er, wie seine Zweifel langsam verblassten. Es war, als ob ihre Berührung eine beruhigende Wirkung auf ihn hatte, als ob sie all seine Ängste und Unsicherheiten auflöste. Vertraue mir, Eason, flüsterte sie, ihre Stimme kaum mehr als ein Hauch. Ich werde dich führen, Eason konnte nur nicken, unfähig, ihre Intensität zu ignorieren. Der Raum um sie herum pulsierte weiterhin im Einklang mit ihren Bewegungen, und Eason hatte das Gefühl, dass die Grenze zwischen ihm und der Königin langsam zu verschwimmen begann. Walara nahm seine Hand und führte sie an ihre eigene Brust. Eason zögerte, doch die Wärme ihrer Haut und die beruhigende Energie, die von ihr ausging, ließen ihn innehalten. Fühlst du das? Fragte sie leise. Das ist unsere Verbindung, Eason. Es beginnt hier, Eason wusste nicht, wie er antworten sollte. Alles, was er wusste, war, dass dies der Beginn von etwas war, das sein Leben für immer verändern würde. Eason fühlte sich, als würde die Zeit stillstehen, während Walara ihn weiterhin mit diesem intensiven, durchdringenden Blick ansah. Ihre Nähe war überwältigend, und die Bedeutung ihrer Worte hallte in seinem Kopf nach. Die Königin schien jede seiner Unsicherheiten zu spüren, als ob sie tief in ihn hineinschauen konnte, und das machte ihre Präsenz umso eindringlicher. Eason, sagte sie leise, das ist keine Verpflichtung, die ich dir aufdränge. Es ist eine Chance für dich, für mich, für unsere Spezies. Ihre Stimme klang wie ein Versprechen, und Eason konnte nicht anders, als er zu glauben. Doch ein Teil von ihm konnte die Ironie der Situation nicht übersehen. Hier war er, ein einfacher Mensch, der in eine Rolle gedrängt wurde, die weit über seine Vorstellungskraft hinausging. Er fragte sich, ob dies eine Art Test war, ein kosmisches Experiment, das ihn herausfordern sollte, das Beste von sich zu zeigen. Ich weiß nicht, ob ich dem gewachsen bin, gestand er schließlich, seine Stimme einflüstern. Walara lächelte sanft, ihre Hände ruhten nun auf seinen Schultern. Du bist stärker, als du denkst, Eason. Dein Geist, deine Energie, sie sind einzigartig. Und genau deshalb bist du hier, die Wärme ihrer Berührung breitete sich wie eine Welle durch seinen Körper aus, und Eason spürte, wie seine Zweifel langsam verblassten. Die Königin begann, ihm die Feinheiten ihrer Verbindung zu erklären, und ihre Worte waren sowohl wissenschaftlich als auch poetisch. Sie sprach von Energieflüssen, von der Symbiose zwischen ihren Spezies und davon, wie ihre Verschmelzung nicht nur physischer, sondern auch emotionaler Natur sein würde. Eason hörte zu, doch es war schwer, sich auf die Details zu konzentrieren, als ihre Stimme wie ein sanfter Strom durch ihn hindurchfloss. Ich muss dir etwas zeigen, sagte Walara schließlich und trat zurück. Ihre Bewegungen waren elegant, fast schwebend, als sie zu einem der leuchtenden Kristalle an der Wand ging. Mit einer fließenden Geste berührte sie die Oberfläche, und der Kristall begann, eine Szene zu projizieren. Eason erkannte, dass es sich um holographische Darstellungen handelte, Bilder von Xalari in ihrer ursprünglichen Pracht, bevor der Fluch ihre Spezies befallen hatte. Die Bilder zeigten Wesen, die vor Lebenskraft und Energie strahlten, und Eason konnte die Verzweiflung in Walaras Stimme hören, als sie erklärte, wie diese Vitalität allmählich schwand. Unsere Spezies war einst unermesslich stark, Eason. Doch ohne die Verbindung, die nur durch eure Energie möglich ist, sind wir dem Untergang geweiht. Eason spürte eine Welle von Verantwortung auf sich zukommen, die er nicht ignorieren konnte. Also, was genau, muss ich tun, fragte er schließlich, wobei er versuchte, die Situation pragmatisch zu betrachten. Walara lächelte erneut, und diesmal war ein Hauch von Verspieltheit in ihrem Ausdruck. Es beginnt mit Vertrauen, wiederholte sie. Aber von dort aus, ist es eine Reise, die wir gemeinsam unternehmen müssen. Eason wusste, dass sie mehr andeutete, als sie direkt aussprach. Ihre Worte waren absichtlich vage, doch die Intensität in ihren Augen sprach Bände. Es war klar, dass dies nicht nur eine Mission war, es war ein Schritt in eine unbekannte Dimension, ein Sprung ins Ungewisse. Und obwohl ein Teil von ihm zögerte, wusste er, dass er nicht mehr zurück konnte. Walara nahm seine Hand und führte ihn in eine Kammer, die hinter dem Thronsaal verborgen lag. Der Raum war erfüllt von einem sanften, pulsierenden Licht, und die Luft fühlte sich seltsam elektrisch an. Dies ist der Ort der Verbindung, erklärte sie leise. Hier wird unser Schicksal entschieden, Eason konnte spüren, wie sein Herz schneller schlug, während die Bedeutung ihrer Worte auf ihn einwirkte. Die Königin wandte sich ihm zu, ihre Hände ruhten erneut auf seinen Schultern. Es ist wichtig, dass du dich völlig öffnest, Eason. Alle Barrieren, alle Zweifel sie müssen weichen. Nur so kann die Verbindung vollständig werden, Eason wusste nicht genau, was er erwartete, doch er nickte langsam, bereit, sich auf das Unbekannte einzulassen. Die Atmosphäre im Raum schien sich weiter zu verdichten, und Eason spürte eine wachsende Hitze, die nicht nur körperlich, sondern auch emotional war. Walara bewegte sich näher, ihre Augen suchten seinen Blick. Bist du bereit? fragte sie sanft, ihre Stimme kaum mehr als einflüstern. Eason spürte, wie alle Gedanken an Zweifel und Unsicherheit in den Hintergrund traten. Es war, als ob der Moment selbst ihn in eine Art Trance versetzte, eine Verbindung, die über Worte hinausging. Ja, sagte er schließlich, und in diesem einfachen Wort lag eine Entschlossenheit, die ihn selbst überraschte. Die Königin lächelte, und ihre Hände glitten sanft über seine Arme. Die Welt um sie herum schien sich zu verändern, und Eason konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass dies erst der Anfang war. Walara schloss die Augen und atmete tief ein, als ob sie ihre ganze Energie sammelte. Eason konnte die Spannung in der Luft spüren, wie ein unsichtbares Band, das sie beide umhüllte. Die Kristalle im Raum begannen heller zu leuchten, ihre pulsierenden Farben wechselten zwischen tiefem Blau und einem warmen Gold. Dies ist der Moment, Eason, sagte sie sanft. Hier verbinden sich unsere Welten, und nichts wird je wieder dasselbe sein. Eason wusste nicht, was er erwarten sollte, doch seine Neugier überwog die Unsicherheit. Er konnte spüren, wie etwas in seinem Inneren erwachte, eine Energie, die er noch nie zuvor gefühlt hatte. Walara trat noch näher an ihn heran, ihre Präsenz so stark, dass es ihn fast überwältigte. Du musst dich mir hingeben, Eason, sagte sie, ihre Stimme jetzt fast hypnotisch. Kein Widerstand, keine Angst. Nur Vertrauen. Ihre Worte klangen wie ein Befehl und gleichzeitig wie eine Einladung, und Eason konnte sich nicht wehren. Ihre Hände berührten seine, und in dem Moment, in dem ihre Haut aufeinandertraf, durchzog ein elektrisches Prickeln seinen Körper. Es war, als ob ein Kreis geschlossen wurde, eine Verbindung, die sich natürlich und unausweichlich anfühlte. Plötzlich begannen die Farben im Raum sich zu drehen, ein Strudel aus Licht und Energie, der sie umgab. Eason fühlte, wie die Grenze zwischen ihm und Walara immer mehr verschwamm. Ihre Bewegungen wurden langsamer, fast wie ein Tanz, und ihre Worte flossen wie ein Lied in seinen Geist. Dein Geist und mein Geist werden eins, Eason, flüsterte sie, und ihre Stimme schien von überall und nirgendwo zu kommen. Die Wärme in der Luft nahm zu, und Eason spürte, wie jede Zelle seines Körpers reagierte. Es war mehr als nur physisches wahr, als ob eine unsichtbare Kraft ihn in eine andere Dimension zog. Walara war jetzt so nah, dass er jeden Atemzug von ihr spüren konnte, und ihre Augen schienen in seine Seele zu blicken. Unsere Energie verschmilzt, sagte sie leise, ihre Stimme voller Ehrfurcht. Fühlst du es, Eason? Fühlst du, wie unsere Welten eins werden? Eason nickte, unfähig, Worte zu finden. Es war eine Erfahrung, die jenseits seiner Vorstellungskraft lag, und doch fühlte es sich auf seltsame Weise natürlich an. Walara lächelte, ein Ausdruck von tiefer Zufriedenheit, und ihre Hände glitten sanft über seine Arme, als ob sie jeden Moment genießen wollte. Du bist einzigartig, Eason, sagte sie. Du bist der Schlüssel zu unserer Rettung und vielleicht auch zu meiner. Ihre Worte klangen wie eine Mischung aus Dankbarkeit und Sehnsucht, und Eason konnte nicht anders, als sich in ihrer Nähe sicher zu fühlen. Die Energie zwischen ihnen wuchs weiter, eine Welle aus Licht und Wärme, die sie beide umhüllte. Eason konnte spüren, wie etwas in ihm erwachte, eine Kraft, die er noch nie zuvor gespürt hatte. Es beginnt jetzt, flüsterte Walara, ihre Stimme kaum hörbar. Lass los, Eason. Gib dich der Verbindung hin, Eason wusste, dass er keine Wahl hatte und er wollte auch keine. Die Energie um Eason und Walara herum schien eine neue Intensität zu erreichen. Die Kristalle im Raum pulsierten schneller, ihre Farben verschmolzen zu einem leuchtenden Weiß, das die Wände des Raumes zum Glühen brachte. Eason fühlte sich, als ob er schwebte, als ob die Schwerkraft ihn nicht mehr festhalten konnte. Walara griff seine Hände fester und lächelte beruhigend. Es ist fast vollbracht, sagte sie, ihre Stimme wie ein sanfter Windhauch. Eason spürte, wie eine Welle von Emotionen über ihn hereinbrach Freude, Angst, Hoffnung, Liebe alles schien sich in diesem Moment zu vereinen. Walara schien das Gleiche zu empfinden, denn ihre Augen glänzten vor Tränen, obwohl ihr Lächeln nicht verschwand. Du bist stärker, als ich es je erwartet hätte, flüsterte sie. Deine Energie, sie ist perfekt. Sie wird uns retten. Mit diesen Worten begann eine Veränderung, die Eason direkt spürte. Eine unsichtbare Kraft durchströmte seinen Körper, als ob etwas in ihm geweckt wurde, das lange geschlummert hatte. Walaras Hände leuchteten jetzt, und eine Art goldenes Licht strömte von ihren Fingern in seinen Körper. Eason spürte weder Schmerz noch Angst nur eine überwältigende Wärme und ein tiefes Gefühl von Einheit. Der Raum wurde plötzlich von einem tiefen, melodischen Klang erfüllt, wie eine Symphonie aus den Tiefen des Universums. Walara schloss die Augen, und Eason tat es ihr gleich, als sich die Energie zwischen ihnen konzentrierte. Es fühlte sich an, als ob ihre Seelen miteinander verschmolzen, als ob sie für einen kurzen Moment eins wurden. Plötzlich flaute die Energie ab, und die Kristalle kehrten zu ihrem ursprünglichen sanften Leuchten zurück. Eason öffnete die Augen und sah Walara an. Sie wirkte verändert, aber nicht äußerlich ihre Präsenz war noch strahlender, ihre Augen voller Leben. Es ist vollbracht, sagte sie, und ihre Stimme klang wie ein Lied. Eason spürte eine seltsame Erschöpfung, aber auch eine tiefe Zufriedenheit. Was ist passiert, fragte er, seine Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Walara lächelte und zog ihn in eine sanfte Umarmung. Du hast uns gerettet, Eason, sagte sie. Deine Energie hat uns erneuert. Der Fluch ist gebrochen. Die Bedeutung ihrer Worte ließ Eason den Atem anhalten. Und was jetzt, fragte er, während er sich langsam wieder auf den Boden der Realität zurückzog. Walara hielt seine Hand und sah ihm direkt in die Augen. Jetzt beginnt ein neues Kapitel, sagte sie leise. Für uns beide. Für unsere Spezies. Die Tür zur Kammer öffnete sich, und die anderen Xalari traten ehrfürchtig ein. Ihre Gesichter waren von Hoffnung und Dankbarkeit erfüllt, und Eason spürte, wie sich eine seltsame Ruhe in ihm ausbreitete. Er hatte nicht nur Walara geholfen, er hatte eine ganze Spezies gerettet. Walara trat vor die anderen und sprach mit einer Stärke und Klarheit, die Eason tief berührte. Der Mensch hat uns gerettet, erklärte sie. Wir schulden ihm nicht nur unser Leben, sondern auch unsere Zukunft. Eason ist nicht nur ein Held, er ist jetzt ein Teil von uns. Die Xalari reagierten mit Jubel, ihre Stimmen wie ein harmonisches Echo im Raum. Eason konnte es kaum fassen, doch ein Teil von ihm wusste, dass dies sein Schicksal war. Walara wandte sich ihm erneut zu, ihre Augen voller Wärme. Dies ist erst der Anfang, sagte sie leise. Unsere Reise hat gerade erst begonnen. Eason nickte, ein kleines Lächeln auf seinen Lippen. Er wusste, dass sein Leben nie wieder dasselbe sein würde, aber er war bereit für das, was kommen würde.